Hallo, herzlich willkommen zu meiner Kochshow. So, Ziel ist es zu sagen, dass es so scheiße ist. Schon heiß in unserer Küche im Betrieb, aber hier, puh, junge, junge. Kleines Schweißtuch, das war auch wieder sagenhaft. Schön, die Flasche Plastikgröller auf Ding gestellt. Meine Güte. Die sind auch rum. Das heißt, wir schütten sie jetzt ab. Zum Anbraten kann man eigentlich nehmen, was man möchte. Und ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss. Den Teil überspringen wir oder spulen vor und sehen uns gleich wieder. Am besten ist, wir schneiden es einfach raus. Oder ihr drückt auf den Knopf, der den Vorlauf bedeutet. Oder wartet 30 Sekunden, dann geht es auch direkt los. Und wenn ihr mal wissen wollt, was so ein Koch alles erzählt, wenn er sich langweilt, während er gerade Tomatenpoolt, dann bleibt ruhig dran, dann hört er, wie viel Scheiße ich da mag mal laber. So, da sind wir wieder. Schauen wir mal. Da kann man ruhig mal, wenn ich möchte, dass der Nachbar die Feuerwehr ruft, das Fenster dabei kippen. Ich glaube, ihr seht es an meiner Stirn schon. Bei 30 Grad draußen ist es in so einer großen klimatisierten Küche immer sehr angenehm, Bolognese zu machen. Ich muss immer aufpassen, wenn man so eine große Küche hat, wie ich, dass man nicht erstickt, wenn man sowas macht. Oh Mann! Da habe ich mein Dinger noch verloren. Scheiße, ey. Das war ein lustiges Erster-Tag-Video-Dreh. Jetzt kann man sowas wieder als Outtakes versorgen. So. 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 Schauen wir mal ein bisschen. Ah, ist nicht heiß. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.